Der Typ hat geschrieben, ne? Kalle, du bist ein falsches Team, du Affe. Ich hab grad gesagt, ich komm noch nicht rein. Ey, ist doch frei, unser Team. Nein, ich bin gerade nicht reingekommen. Dann tritt jetzt ein. Nein, hab ich gebuckt mehr. Jetzt kommen wir in unser Team, du Pisse. Nein. Komm ich nicht rein. Alter, ich verprügel dich morgen. Ach morgen, ich komm morgen nicht vorbei. Für Einglück, spar ich wieder. Du meinst, will ich sparen? Kann essen aus? Der Kutcher ging voll. Oh, fuck. Abgang oder was? Guckst du nebenbei wie Pornhub oder? Alter, ich raus. Ah, erwischt. Voll die Reaktion hat man gemerkt. Voll erwischt. Machst du das? Guckst du beim Handy oder hast du auf dem zweiten Bildschirm? Ich hab drei Bildschirme. Ja? Auf dem einen Bild laufen die Eier, auf dem anderen der Schwanz. Genau. Ich glaub, der hat einen Moni zwar auf seinen Eiern schon. Alter, du fucking Camper, Junge. Ich campe nicht, du. Camping hätt ich auch mal Bock. Ah, Wohnwagen passiert rein. Tee und Kekse. Gorken. Haschkekse. Auch, ja. Ah. Ah. Das ist nicht lustig. Ah, very good. Steh doch zu deinem, äh, zu deinem, äh. Na, komm, sag's. Ich trau mich nicht. Zu deinem Vorlieben. Oh, immer wenn ich... Oh, jetzt gibt's nachladen. Der andere auch. Er will mir den Messer stechen. So will ich abstechen. Ich stech dich ab. Guckst du auch auf den richtigen Monitor? Der hat mich tot gemacht. Ahahahahahahaha. Wie kannst du denn das schaffen, wenn du überhaupt mit einem Auge bei deinem Porno hängst? Alter, ich gucke mit drei Augen. Werden, lach mal. Ahah. 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 Und Bauch festhalten dabei. Wackelt euer Bauch auch immer so beim Lachen? Nee, wir haben keinen Bauch. Ja, war gut. Wir haben keinen Bauch. Ey, was willst du mit deinem Schneeballer? will sie einseifen oder was? Ey, den Tag Jungs, frag mal Kalle, da haben wir hier eine richtige Stemalschlacht gemacht, so ein paar Typen Willst du dich zu Tode, Freon? Ey ne, auf Stemalschlacht Jungs Na Dschunge 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 Du musst auf Kopf schießen Ich schieß mal auf die Eier Nee So schnell ist keiner irgendwo Kalle Camper Camping Kalle Lammweißbrot, was ist das hier für behinderte Menschen drin? Lammweißbrot Eben hat man Wurstbrot Ech Ey, Chineser Hallo, Chineser, mach mir zwei mal die 15 Da ist er ja, der Hühnerschreck Den werde ich wohl angespitzt in die Bone stampfen Hör mal runter, Bolle Wurstbrot Ey, der Chineser ist kein Deutsch, ne? Ja? Ja So gut Es ist sehr gut, dass du Deutsch kennst Sag mal, Cing Chang Chong Chineser im Karton Hahahaha 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 Wie bitte? Hahahaha Ding-Chang-Chang, Schlese im Karton. Oh ne, hab ich. Ey, Camping-Kalle. Was ist los? Ey, Camping-Kalle. Oh, 3er. Ja, das Lamm-Weiß-Döner-Brot habe ich für jetzt geworden. Camping-Kalle. Alter, finden Sie das witzig? Finden Sie das witzig? Assi. Ah, danke. Voll in die Fresse geschossen, hast du das gemerkt? Ich hab's gemerkt. Kaka. Kaka. Riech mal, meine Kaka. Was ist das denn? Was ist das? So richtig, dass sie am Mann geworden ist. Ey, Termi, riech mal meine Finger. Was ist das? Officer Doofy ist nicht zum Dienst. Oh Mann, ey. Nein, du hast vergessen, Special Officer Doofy zu sagen. Ach so, ja. Das ist ja auch nicht so dumm. Keine Ahnung. Krombacher. Eine Perle der Natur. So schön hat geprickelt in meinen Bauchnamen. Finden Sie das komisch? Ah, wir haben nie gelacht. Ist eigentlich so dumm. Im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt. Ah, wir haben nie gelacht. Jetzt gibt's eine mit der Bratpfanne. Ne. Gibt's Bratpfanne? Sind da auch Eier drin? Ne, da ist gleich gerade sein Gesicht drin. Du brauchst aber eine große Bratpfanne. Trottel Paula, ey. Ich werde gleich zum Monte. Die Paula ist ne Kuh? Die macht nicht einfach gut. Die macht nen Pudding. Der hat Flecken. Den kann man schlürfen. Und auch schnecken. Vanille, Schurko, Schurko, Vanille. Jetzt geht's Paula mit der Bratpfanne. Scheiße. Komm, wo die Kacke ist. Es hat bestimmt den Chinaman hingereicht. Ja. Ja, da steht ja auch Abstimmung von Chinaman. Immer so sauer, bitte. Keine Atem schlieb, ey. Ich bin so lieb. Ach ne, ey. Ich schluck auf. Ich schluck auf. Nee, oh ja ja. Ja, ja ja, ja ja. Ja, ja, ja. Kennst du den Mann? Aus diesem Video, der so komisch lacht. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.